Musik Mein Fazit fällt sehr positiv aus. Wir haben die höchste Beteiligung hier von den meisten Teilnehmern heute dabei gehabt. Das war die siebte Veranstaltung und man merkt, dass wir von KONE in unserem Festkomitee die richtigen Themen ausgesucht haben. Das Thema von dem heutigen Vortrag war der Anlagensicherheitsreport und die Unterschiede der neuen Betriebssicherheitsverordnung. Wie wirken sie sich zum Beispiel auf Unfallstatistiken aus? Was hat sich geändert? Das war heute Thema dieses Vortrages hier. Was in fünf Jahren ist, ist glaube ich aus heutiger Sicht überhaupt noch nicht absehbar. Ich glaube, dass irgendwann die Systeme auch von selbst vorschlagen werden, was sie für beste und für neue Anwendungskonzepte aus ihren Algorithmen entdecken und daraus dann der Mensch Angebotskonzepte entwickeln muss. Also soweit ich die Vorträge mitbekommen habe, fand ich die interessant. Das war so eine, ich sage mal, interessante Ergänzung von verschiedenen Gebieten. Das Programm in der Zusammenstellung war sehr anspruchsvoll, hat mich auch sehr inspiriert insgesamt. Und die größten Eindrücke, die ich dabei gewonnen habe, ist natürlich dieses Thema Digitalisierung, wie wir das in der Branche umsetzen und mit welchen Sicherheitsaspekten wir hier dort arbeiten müssen. Rundum eine sehr gute, runde Veranstaltung mit sehr viel positiven Feedback von den Teilnehmern. Rundum eine sehr gute, runde Veranstaltung mit sehr viel positiven Feedback von den Teilnehmern.